Willkommen zu einem neuen Video von mir Ja, heute ist nur Torben und ich nur alleine am Video drehen Weil unser Freund ist heute nicht da, er hat heute einen Termin und deswegen machen wir heute alleine ein Video über GRP German Roleplay German Roleplay Annen Röder und um und kein Thema, was wir heute machen Ja, so soll man auch einfach mal ein bisschen rumfahren und und bisschen erklären, was übrigens selber um ja dann fangen wir jetzt mal an Prozent Prozent welcher Karre Wir hocken uns jetzt bei den Cairn in die Sultan und fahren jetzt ein bisschen rum und erklären euch ein bisschen was Ja genau, hinten rein gehauen Das Radio Braucht mich krass, der Fahr, Digga, Fahr Ja, wir zeigen euch heute so ein bisschen aus über den GRP-Server Wie, wo, was man machen kann Kernfahmer zum Arbeitsamt, dann zeigen wir heute mal die Jobs Äh, es gibt ein, oh, Oberbeamter, Oberbeamter, dann muss ich schauen Es gibt Es gibt Die Abmins, die haben neue Jobs dazu getan Eigentlich ist der Werbeleiter, macht das ja auch mit Ja, oder der Serverleiter Und, ähm, ja Ja Obwohl, ich kann meinen Job bei der NLN, weil ich nehme mir den anderen Job Halt, kenn Dann, lies mal vor, was es so gibt Ach, warum vorlesen, ey Ja, oder wenn sie es sehen, ist auch egal Nein, ganz vorlesen, muss ich jetzt auch nicht, ey Nee, nur so ein paar Teile, liebe Jungen, weil hier auf Frauen war bestimmt Ja, okay, dann wieder raus Was? Ah, da haben wir es ja auch Mechanik, Selektiv, Würde, Töne Oh, wie doll Oh, man tut es auf, wie hier Warte, jetzt bekommt ihr ein Kack-Radio Oh, überhaupt kein Radio Ja, das regt ein bisschen auf Jetzt fahren wir ein bisschen durch Stand Andreas und so Ich hab jetzt gar nicht, also ich hab jetzt gar Bock, ich hab dann an Andreas mir hier durchzufahren Jetzt nicht so durch Stand Stand Andreas, dann zeigen wir euch mal L.S. und S.F. Ähm, fangen wir hier in L.S. an, haben wir euch jetzt Arbeitsamt gezeigt Dann fahren wir jetzt mal, würde ich sagen, ähm, runter, wo die BDs sind, an den Strand Welche Strand? Oder hier? Ja, erstmal verweichern zu deiner Karre, Mann Ja, das stimmt, wir fahren jetzt erstmal nach S.F., ich hab mir eine Karre gekauft Und der hat direkt wieder zu Schrott gefahren Das auch XD kam so zwei komische, äh, paar Leute runter Und ähm, ja, haben mich gerammt Beim nächsten Mal ist unsere, sag ich jetzt mal, männliche Leiche wieder dabei Ja, die BD oder unsere Ja, oder die lebende Leiche Obwohl er letztlich hier auch Er erinnert sich eh auf DRP eigentlich auch Florian, also Ne, er hat seinen, äh, ähm, namen geändert Ich heißt ja Torben Max Ja, wie heißt er jetzt nochmal? Und er hat sich genannt Torben Ellensohn Ja, bisschen komisch, verwirrend, blablabla, ja, etc. etc. Ähm, war langweilig und hat sich glaub schon fünf oder sechs verschiedene Accounts gemacht Und ja, er ist halt noch nicht so weit wie ich und Tan, ich und Tan ist Level 11, ich bin Level 9, äh, Tan hat ein bisschen mehr Geld auf dem Konto Wo? Ich weiß nicht mehr wie viel Aber ich hab irgendwas mit 3,6 Millionen Und ja, weiß nicht was Tan auf dem Konto hat Ja, gröken Nö, ich hab eigentlich, ja Ja, ich hab weiß bei roter Ampel an, ne, weil der weißen Kopf Weißenswanderkopf und so Dann hatte ich auch die roter Ampel da Ah, die gröken TNSF ist auch die Fahrschule Ähm, können wir auch mal zeigen Ja, gleich Ja, gleich Ja, ich hab mich nicht mehr zurückfahren Und Ah, die kommen Und Ah, hier ist ja das LSPD Ja, LSPD Ja, LSPD Das LSPD Das LSPD Achso, oder so Kämst halt nicht so richtig mit aus Ich zog es nur zum Just for fun Und hier sind wir schon beim Autohaus Wir sind da LSP LSP In keinem mal wieder durch die Scheibe geprüst Wie immer Wie immer Wo der Wagen Achso, der muss noch eine Minute Muss ich noch reparieren Ja, das ist diese Kaka, aber pass auf der Kaka, diese Tom Lu Äh, ich glaub das Kaka, äh, pass plus sauber, ne In meiner Karre drin Ey, ist das einlaufen Guck mal, ja, ist das offen Ja, ist das offen Ja, ist das offen Wolle in Karte Krab weg, so ein Roller geslaut Was mit dir, ey Parken doch Parken doch auf der Straße Und Oberbeamte kommt wieder abgeschleppt Ja, ja, genau Ja, genau, mach so Jetzt steht er Ich hab Gangster steht er da rum Ey, der Motor, ja, Motor ist noch mal, okay Spätverbrauch Kannst du auch Hier in SF, kannst du die teuersten Karren kaufen Wie, wie heißt die Karre hier nochmal, was ich mir kaufen will, irgendwann mal kennen Mir entfällt immer der Name Die Bullet Genau, dann gibt's hier noch die Infernus, die sind so teuer Ja, ne Und lauter so Sachen Ähm, ja Ja Es gibt die Super GT, Pipapo In SF sind halt die richtig teuren Autos und die Superkarren Und in SF gibt's so Mittelklassewagen Und so Ja Was, war der? Ja Hey Man 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 Prozent weil er zu scheiben gesprungen ja auch alle Backrauben und für die überdämmt Schäuble brut ja mach doch fix war 0 Minuten und unnötig ja es ist ein Schulung nötig so ja aber wie in Prozent deshalb immer voll viel Laune du kannst es hat nicht so viel auf uns dann selber machen da wird schon alles so überprüft die Papo um es gibt Oberamt gibt auch manche auf manchen anderen Server auch die Zeit wieder hohe alt et cetera zähler alle und es gibt hey bei Ego das Backstelle dort nicht schon wieder Kärnrammisch Loll so dann komm Kärn ey der Kopf ist gerade eben hinter mir angehalten warum der Kopf keine Ahnung ich war perfekt geparkt keine Ahnung was der jetzt wollte ich und Kärn ja das ist jetzt hier meine Karte wo gespawnt ist die habe ich mir neue gekauft ich hatte auch mal die Sultan habe wer hat sie mir gekauft und komisch und wie ziehe ich den Kärn voll ab ja lag bei mir achso wo wo jetzt zeigen wir euch mal die Fahrschule wo wo was bloß auf alle ich gehe hier ab alle Garten Kopp als ihr könnt ihr eure verschiedene Scheine machen LKW Prozent Auto Prozent Motorrad Angelschein Flugschein Prozent Bootschein Prozent und Wachenschein aber Wachenschein Kanzlevel Prozent elf machen wenn man gewaltend hat überhaupt kein Kratzen wo der Logik damit wollen jetzt mal der Ball ist der Wagen hat sich schnell überhitzt wo das Ziel der Kurs Prozent Prozent wenn wir in den Lack kommen dann wird in die Pflicht und Worte ja deshalb macht viel Laune wenn du weit bist ich habe ein paar Freunde wie die Lärm wenn du das siehst und rollen das ist einfach der Geizte ich würde wieder freuen wenn du wieder Fisch kaufen würdest und bewillig aber es war oder und der Städte aber war da auch in der Höhe auch so halb Wochen erhalte er die Mäste oder so viele Polizisten und unter der woche oder so wochenends geht es aber wenn ferien sind ist das wirklich extrem wir haben schon 205 schon wieder ja schon wieder selber wieder oder wir haben jetzt zu dem zeitpunkt haben jetzt 275 spieler und sein wir schon um 274 spieler korrekturen schon um 12 uhr ist ein spielte alt dahinten ist die mensch appell ist die pappel zeigen euch jetzt auch mal wobei ihr könnt hake piepacke nennt sich das packe oder hecke oder keine ahnung ähm ja kein bock hat vorgleich voll den unfall ah ne ich passt schon auf die schwarze ich hab mal die abkürzung ja der ist er der mann zu viel laune ja man kann ich das wissen du da bin ich mal bist du wärst ich bin weiter oben an der mescha kreuz ja ich komm oder so kann miche echt da war doch ein städter mann die dn die typen sind wie das länder werden einmal sind sie da einmal sind sie nicht da bis nun weiter war noch bist du er er war gerade aus worden und dankstellen werden und so bis dann die Kinder sogar Müll machen das macht auch viel Laune hab ich in keinem schon gemacht wenn der mir auch so die Bänder kommt auch bald raus für irgendwann hoffen wie ein ja die Bänder ist schon draußen aber in Neue eine neue Version bei Arbonn das geht auch die Emberat also die Leute Kills gibt es die Emberat und das kann meist mit nicht man kann zu laufen und schießen du Babsack ja sie pack was machst du da ist sie pack machen aber keines gestorben ich sehe was mich spawnen man das würde mir nicht treffe ich nicht überhaupt ja weil dann kannst du laufen und wenn du dich das abgibt gemacht oder was aufgesicht ja ich hab upgrades gemacht ich hab allemal wo ich hatte und das geilste ist das neueste bei GRP wenn du stirbst kommt von Mario den Sound wenn du bei Mario gestorben bist ey warte 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 ähm ich hab grad scheiße was denn jetzt sagt mit das das Video war jetzt für die Katze nein nein das war das nicht was aber ich stehe es nicht mehr auf und am Simson und mit wem Simson du alter eine Portette eine Portette eine Portette Alter was Alter ist schon und du bist der ein wir haben keine Zeit wir haben nur fünf Minuten hier denkt dran Erkenntnis Geln Leute, ich verhungere gerade, weil ich für die HP habe ich noch, ich glaube, ich habe jetzt schon mal verhungert, einmal. Hier, lass mich mal verhungern, mal gucken, was passiert. Frechse, kuck. Ich gehe in Kopfhusswerk aus. Ich habe Themen, ich habe falsch geschrieben, ich habe Themen, Handball geschrieben. Was hat er zurückschrieben? Nein, gar nicht, der holt mich ja gerade ab. Ich will ja, ich will ja, ich will ja, ich will ja, ich will ja hier, ich will ja wieder und ey. Komm da mal mehr Exkaffung. Box mich, box mich. Lustig. Genau. Bis jetzt raus. Jetzt bin ich raus. Oh komm mal hier nochmal raus Wo bist du Ken? Ja wo bist du? Bin gerade mit dem Typ weggefahren Ich kann mal die Karre aufschreiben aber die Schrotte sind nicht ja die Böse an der Prozene an der Gäste aufmachen meine Karte ja auch später vor hat keiner der Auftrag dazu bis zum behindert jetzt allerdings macht an die der Gäste bis zum Beispiel der Tipp ist der Prozess im Bild in der dass die Kenne den Auftrag hat es ja ja weiß er nicht wie lange der auftrag dauert ja weiß er nicht ich bin ich ja detektiv der medizin schätzt die energie alter was killer ja auf gd-party da jetzt kannst du jetzt kannst du zu schließen ja ich stilte ein bisschen am besten gehen aus gut werden ich weiß nicht wie er braucht auch jetzt ein bisschen kacke gelaufen ja so egal dann sind eigentlich meine Fischers und wollen da hält er drauf wo ist die Idee eigentlich in so einem Gebiet Hans Hain Typ namens Hans Hain suchte okay äh halt ja du kannst kontrakt machen pipapo es macht eigentlich viel fun und ja oh die energie die ist so geil schnell ey oh wie fett ne auch mach grad mit der Karre äh fans play halt ähm leute wenn es euch das Video gefällt ja wir sind noch nicht fertig aber trotzdem dann schreibt was in die Kommentare bitte äh und wenn wir äh schreibt ruhig den Kenny an dann wenn ihr das GTA aufzockt und auf den Surfer zocken wollt dann schreibt ihn an dann erklär äh erklären wir euch ein bisschen was darüber äh ja dort löse ja und pipapo ähm ja da ich bin der nicht der ist der ist für alle das ist die seitdem es ist eine alleine ohne dass mehr oder so das ist der dritte 2 Uhr ich kann es eigentlich ganz kontrakt machen um kann ich das eigentlich auch selbst machen als der Männer um ich sage schon mal von jemandem anderes Prozent aufzusetzen aber wir haben ein Künstler einen Job erledigen wie kann ich das sehen dass einen Hitman braucht wie meinst du es ist ganz wir hätten altman die kann ich um das sehen dass Prozent eine Hitman braucht oder eine Auftrag nehmen dann ist mal so Scheiße ihr wisst was da an ja er hätte die Fettkirche haben wird alle in der Welt ja gar nicht am Ende der 2.4 Uhr das ist unser zweites Video um das war langweilig auf GTA auf kein eigenes Server das war so ähnlich wie zum Test Video um ja ihr könnt ruhig kommentare dazu schreiben Pipapo ähm ja im Moment ist hier ein bisschen viel los auf dem ähm bsn bisschen zu viel fängt ein wenig auf aber äh ja so geht ja mal gucken vielleicht auch komisch mach mal ein bisschen ein Taxifahrer manche bin ich hier nicht mit dem Puffer halt ihr könnt auch Taxifahrer machen das ist auch geil oder genau vielleicht noch xd keine Taxis halt da alle Taxis sind weg xd xd nur keine Taxis auto brenn und kapum oder gibt's die ja man kann empfehlt auch euren freunden ja dann schreibt kein halt an wollt ihr mitzocken dann geben euch die teams bieg alles mögliche naja ja der srp wünscht jetzt so weil weiß ja nie viele leute auf einmal reinkommen ja mal gucken ja oder ihr kommt einfach so im grp und wir schreiben euch so über den chat alles und ja nicht gucken nicht man hat mal gucken ich muss jetzt auch mal wieder bei gelegenheit Prozent Prozent ein Freund die wir gerade bedroht weil das war Die legt mit einer Gang an. Ich steh. Ihr verpasst hier was. Wie lang ist dein Auftrag noch? Ein langes Dauern. Ja, ähm, Ken, bei wieviel Minuten sind wir eigentlich schon? Meine Ahnung. Einfach mal aufnehmen. Ja. Leute, irgendwie hängen meine Tasten wieder. Bei ATM auszahlen. Ich muss mich kurz mal ausloggen, Leute. Weil meine Tasten stimmen mal wieder. Keine Ahnung. Mein Computer ist Anime, so der jüngste. Ja. Ich sehe, ja. Ich weiß nicht, wie lange ich das Video machen will. Warum bist du auch oder was? Nein. Ich muss kurz raus, weil Server Neustart kam. Was Server? Bei mir. Insohn. 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 Ja. Insohn. 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 Dann schickt sie mal einen Kern und wir können sie mal antesten. Und nicht, wenn wir immer ein Video machen. Keine Video oder was? Wir wissen ja nicht, wie oft wir jetzt ein Video machen. Hipapo. Oh, das hört mal zu uns raus. ja ich habe mich nicht gepackt was anderes 1 ist eigentlich der Job am besten der Bauer Level 2 bis du lachst dann musst du dir große kaufen Alter, der Name hat einen nerven mit dem Pipapo ja ich weiß auch so eine blöde Anmerkungsfunil tut mir leid, habe ich das jetzt so oft gesagt warum steig ich nicht aus? ja 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 wir sollen mit dem sie sind in der Front aus gezielt bei ihnen ja keine Ahnung war ich auch schon aber nicht macht doch ab bin jetzt gilt 3 macht doch nicht vielleicht einer annehmen dass er dann anders sagt der Typ alle ähm sieben 2 Car-Checker um okay wenn die umgebracht alle kratten hat okay da beendet gleich mal das Video alter hey recht die Füße ich schwöre wenn du das nochmal machst wenn du dir das Video anlässt ich schwöre ich mach Konflikt mach es ich hab da kein Problem mit er hat das in dem Video rumzulabern mach einfach mein Gott mach es auch ja ich muss schon wieder neu starten danke warum weil er mein Auto geklaut hat ähm äh als regt euch manchmal auch ey wenn ich nochmal eine anschreiben kann der tötet dann schreibst du Uquatraum Max an mach guck alles geht die Arbeit nur Autos 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 und Zeit die 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 Loll alter das ist abgeklappt ja wollen wir da wollen wir da schreib schreib den Typen mal an die er geschrieben hat ähm ne Nachricht er soll mich mal anrufen er soll mich mal anrufen er soll mich mal anrufen keep it fast CJ ok ok was macht er da weißt du noch mal eine an äh nein kannst du mir die Nummer von dem Typ sagen gleich einen Moment welche Nummer die 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 dann gibt es mal durch drei vier drei vier Warte Warte, ich muss komm mal kündigen, nur Schimmerfahrt Jaja Tromm, die der Kurierfahrer, die der Bauer Detektive, eine Selbstgattung und der Dette Oh, der wird kurz reingekommen, der freut, Alter Du bist hintendran Ja, das ändert sich doch geil an Oder? Wie war die nun? Guck mal, nochmal Camp Warte, oh Gott Oh doch, das sind wirklich die ganzen Cops Ja, alle, die für zwei Cops jagen den Züchter hinterher Ja, ich brauch mal die Nummer Drei vier, drei vier Drei vier, drei vier Oh 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 Oh